Diese Windel von Tücables hat in meinem Test für mehrere positive Überraschungen gesorgt. Welche das sind, schauen wir uns in diesem Video zusammen an, natürlich mit den Ergebnissen zur Saugleistung im Alltag. Bei der Packung setzt Tücables auf das moderne bedruckte Design, eine Seite bunt, die andere beschreibt die Eigenschaften der Windel inklusive kleiner Anleitung zum Wickeln. Allerdings ist alles auf Englisch, da das Unternehmen aus den USA kommt. Das gilt auch für die Packungen, die in Deutschland oder anderen Ländern verkauft werden. Praktisch, vorne ist die bedruckte Folie durchsichtig, sodass man die Windeln darin sieht. Die grüne Fläche hat Ameisenlinien, doch man kann sie dort nicht öffnen, wie ich es zuerst dachte. Stattdessen ist sie oben perforiert und lässt sich zumindest dort ohne Schere öffnen. Das finde ich sehr sinnvoll. Anfangs ist es etwas ungewohnt, weil nur wenige Packungen sich selbst öffnen lassen. Es ist nicht nur nervig, extra Schere oder Messer holen zu müssen. Man muss sehr aufpassen und läuft Gefahr, versehentlich mal eine der Windeln dabei zu beschädigen. Schon ein kleines Loch kann zum Auslaufen führen. Tücables scheint zu wissen, dass kräftiges in die Packung drücken nervig ist. Daher zieht man auch am Anfang eine lockere Windel heraus, die nicht erst groß in Form gebracht werden muss. Bereits zusammengefaltet fühlt sich die Wadler weich an. Auf der Klebefläche befindet sich das Motiv, welches abwechselnd eines von insgesamt vier verschiedenen zeigt. Mehrere Motive in der gleichen Packung bietet nicht jede Windel, doch es gibt ein paar. Durch ein Detail hebt sich diese hier von ihnen ab, statt vier komplett eigener Motive gibt es drei und auf der vierten Windel sind diese drei zusammen abgebildet. Habt ihr so etwas schon mal gesehen? Schreibt es gerne in die Kommentare, für mich ist das in diesem Stil das erste Mal. Es fällt mir daher besonders leicht, eine Windel fürs Archiv auszuwählen, die mit allen Motiven wird es. Beim Kleber bleibt sich Tücables treu und setzt auf Klettverschluss. Der Auslaufschutz im Inneren ist locker und klebt nicht an den Seiten an. Außerdem ist er hoch genug, um mit Einlagen die Saugleistung weiter zu verstärken. Ob das notwendig ist, zeigt nachher das Ergebnis vom Alltagstest. Neben dem Motiv vorne auf der Klebefläche gibt es ein zweites größeres hinten auf dem Po. Dazwischen ist die weiße Windel mit grünem Gras bedruckt. Das hat eine besondere Funktion, es löst sich auf, wenn ihr reinmacht, also ein Nässeindikator. Finde ich sehr kreativ und schön in das Design integriert. Bei der Abu Tiny Tales beispielsweise hatte ich das kritisiert. Es ist eine schöne, dicke Windel mit einem hohen Saugvolumen. Doch der Nässeindikator ist ein einfacher Strich, wie bei medizinischen Windeln und wirkt wie ein Fremdkörper, das hat Tücables meiner Meinung nach viel schöner gelöst. Preislich liegt eine Packung mit 10 Stück derzeit bei 28,90 Euro. Man muss das Komma nur verschieben und kommt auf 2,89 Euro pro einzelner Windel, das liegt noch knapp unter dem Durchschnitt. Bei diesem Hersteller scheint sich das als eine Art Standardpreis eingependelt zu haben, 6 von 9 Windeln haben derzeit den gleichen. Darunter beispielsweise die Puppers oder Unicorn, welche ich ebenfalls schon ausprobiert habe. All diese Windeln und noch viele weitere findet ihr beim Sponsor des heutigen Videos, bei dem ich mich an dieser Stelle bedanken möchte. Daiper Minister ist einer der größten ABDL-Shops in Europa. Mit Sitz in Frankreich kann er innerhalb weniger Tage nach Deutschland liefern. Angeboten wird ein großes Sortiment von verschiedenen Windeln, hauptsächlich bunt bedruckte. Aber auch einige Einfarbige oder Medizinische sind verfügbar für diejenigen, denen das sonst zu bunt wird. Adult Babys kommen bei Bodys, Stramplern, bunten Unterhosen und weiteren Kleidungsstücken in Größen, die Erwachsenen passen auf ihre Kosten. Mit meinem Gutscheincode erhaltet ihr 10% Rabatt auf eine Bestellung, einlösbar auf alle Produkte, die vorrätig sind. Wie sieht es mit der Saugleistung von der Wadler aus? Lohnt sie sich? Statt theoretischer Labortests habe ich das im Alltag ausprobiert, indem ich sie bis zum Auslaufen trage. Die frische Windel hat ein Gewicht von 240 Gramm, womit sie zu einer der schwersten bzw. dicksten Windeln gehört. In diesem Bereich herrscht ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem die LNGU-Dragoons beispielsweise nur mit einem Gramm mehr knapp vorne liegt. Mit 8 Gramm mehr Gewicht fehlt der Wadler nicht viel, um den derzeit ersten Platz zu erreichen. Auch wenn es dafür nicht gereicht hat, kann sich ihre Flüssigkeitsaufnahme sehen lassen. Mit fast 2,4 Kilogramm Gesamtgewicht landet sie zum Testzeitpunkt auf Platz 4 der Windeln, die am meisten aushalten. Auch hier ist der Abstand überschaubar. Der erste Platz brachte es auf ein Gesamtgewicht von rund 2,6 Kilogramm. Auf dem Bild könnt ihr sehen, wie der Nässeindikator komplett verschwunden ist, weil die Windel so durchnässt wurde. Links unten schräg über der 2 auf der Waage sieht man noch ein leichtes Grün von einem der Grashalme. Am Anfang ist das weniger stark, je voller sie wird, umso weniger bleibt davon übrig. Tycables hat hier gute Arbeit geleistet. Bereits andere Windeln lieferten ein ähnlich überzeugendes Ergebnis. Die Unterschiede sind minimal und können teils im Bereich der Mestoleranz liegen. Das gilt natürlich nur für die gleichen Versionen. Ältere Windeln sind meistens dünner und haben daher eine geringere Saugleistung. Neben der Saugleistung hat mich noch etwas ganz anderes an dieser Windel überzeugt, es ist die Folie. Tycables ist bekannt dafür, eine hochwertige und weiche Folie als Außenmaterial einzusetzen. Das gelingt ihnen so gut, dass ich bei allen bisher getesteten Windeln noch nie die Folie kritisieren brauchte. Bei der Wadler haben sie sich aber gefühlt selbst übertroffen, sie ist noch ein bisschen weicher und angenehmer, als beispielsweise die Puppers. Was im Umkehrschluss nicht heißt, dass im Vergleich damit die anderen Tycables-Windeln nun ungemütlich sind, im Gegenteil. Auch die Windel mit den Hundemotiven trage ich weiterhin gerne. Es ist mehr ein Unterschied im Detail, wie ein Stück Torte, auf der noch eine Kirsche drauf ist. Der Kuchen wäre auch ohne Frucht bereits gut und man würde ihn ohne zu zögern essen. Durch die Kirsche wird er noch ein kleines bisschen besser, als ohnehin schon. Beim Nässeindikator kann man die grundsätzliche Frage stellen, braucht ein Abidi Elders? Die meisten wahrscheinlich nicht, weil sie es entweder selbst im Gefühl haben. Oder man absichtlich einen Windelcheck per Hand machen möchte, statt die Windel anzuschauen. Ich würde eine ansonsten gute Windel nicht ablehnen, weil er fehlt. Aber wenn er dabei ist, nehme ich persönlich ihn gerne mit. Doch dann soll er meiner Meinung nach in das Design integriert sein. Das hat Tycables bei den neueren Windeln bisher am besten hinbekommen. Die schon erwähnte Puppers ist ein weiteres Beispiel, bei dem passend zum Aufdruck die Hydranten bei Nässe verschwinden. Im Kontext der Hundefeuerwehr passt das sogar doppelt gut, weil sie mit Wasser Feuer löschen. Bei solchen Designern bin ich gespannt, welche neuen Motive in Zukunft vorgestellt werden. Mich persönlich hat die Windel überzeugt und ich werde sie weiterhin im Alltag tragen. Was denkst du? Wenn du dich mit mir und anderen Windelträgern austauschen möchtest, schau mal in die Beschreibung. Dort sind Einladungslinks für meine Chatgruppen. Wer nicht schreiben möchte, kann alternativ einen Kommentar hier auf YouTube hinterlassen. Ich freue mich über beides und vergesst nicht, bleibt trocken, bis zum nächsten Video.